Ich bin ja vorhin einmal kurz rüber gefahren mit dem Fahrrad und haben immer zwei eine Übung gemacht und der dritte hat an der Mauer so Konditionsübungen, Bauchmuskel, vielleicht macht er das auch gerade da. Er hat eben da hinten so eine Trainerleiterkarte mit eingesprochen. Ja, dann gehen wir noch ein, ein gehen wir noch. Dann gehen wir noch an. Die Füße muss nur die Füße machen, aber das geht jetzt so, glaube ich. Die Füße musst du halt lang machen. Ich werde dabei, ich werde dabei. Ah, scheiße. Ich werde dabei, ich werde dabei.